Wartens, das haben wir gleich. So. Bitte schön, meine Herren, auch gerne. Na, hier ist ja nicht viel zu sehen. Ist da alles leer. Na ja, er hat jetzt seine Sache mitgenommen. Also, wie ich da war, da hab ich den Putt und Käse gebracht, weil, wie er im Laden war, da waren die Meierei-Produkte noch nicht gekommen. Deswegen war ich da mal hier. So. Es war hier alles voll. Wie heißt das, Maria und Josef, hat das ausgeschaut. Alles voll. Die Regale, und die Kästen, und die Tische. Sogar auf der Bank ist da drüben gestanden. Lauter elektronitisches Teufelszeit. Was? Ja, so wie eine Telefonzentrale und eine Funkstation und ein Behandlungsraum beim Doktor und eine Reparaturwerkstatt. Alles zusammen hier in dem Raum. Schlafen hat er drüben. Hier drüben ist auch alles ausgeräumt, Herr Donnerstag. Nur noch ein bisschen Abfall und Staub, jede Menge. Ja, davon haben wir ja auch genug. Untersuchen Sie alles nach Fingerabdrücken, Schreiber. Bin schon dabei. Wissen Sie, Herr Steigelfinger, ob er hier auch Besuch empfangen hat? Nein. So viel ich weiß, ist nie keiner da gemeint. Wie ein Eremit hat er gelebt. Ja, schlimmer noch. Nicht einmal einen Hund hat er gehabt. Ein Hund würde mich auch weniger interessieren als ein Mensch. Ja. 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 Ja.